Herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei KryptoKey und heute beschäftigen wir uns wieder einmal mit dem Thema Metaverse, aber mit Metaverse-Projekten, die so weit am Anfang sind, dass die Marktkapitalisierung zwischen 500.000 und 2 Millionen, also knapp 2 Millionen beträgt. Das heißt, wenn wir hier ein 100x machen, liegen wir hier irgendwo noch bei zwischen 50 und 200 Millionen Euro, was es nach einem 100x wert ist. Und wenn wir uns das anschauen, wie wenig das für eine Kryptowährungsmarktkapitalisierung ist, kann man sich natürlich dann selbst ausrechnen, wie weit kann das nachher noch oben gehen, also wie viel x wären hier noch möglich. Was ich aber auch dazu sagen muss, bei Projekten, die so am Anfang stehen, ist das Risiko natürlich auch immer sehr, sehr hoch, damit dieses Projekt noch nichts wird oder nichts wird und natürlich auch sein Geld nicht vermehrt werden kann, beziehungsweise auch verloren gehen kann, also verloren gehen kann, damit ich das hinausbringe. Und deshalb unbedingt den Disclaimer beachten, bevor du hier in etwas investierst. Ich stelle dir das jetzt einfach nur vor, ich habe mir diese Projekte während der Vorstellung auch ein bisschen genauer angesehen, du kannst auch schon ein bisschen Gameplay betreiben, was sehr, sehr interessant ist. Es sind aber nicht nur Gaming-Meterverse-Produkte, ich gehe jetzt auch um ganz, ganz andere Sachen und ich habe bei e4land.world, werde ich noch ein separateres Video machen, das stelle ich euch vor, weil da kannst du dir kostenlos eigentlich schon Tokens holen, indem du hier ein bisschen an einer Welterkundung auf der Map mitmachst. Aber das schauen wir uns dann im Detail an. Aber schau dir diese Projekte an, wenn du angemeldet bist bei CoinMarketab, würde ich diese vielleicht auf die Favoritenliste hinzufügen und diese beobachten, weil teilweise sehe ich das sehr, sehr großes Potenzial und es gibt auch wirklich schon große Unternehmen und Investorenfirmen, die in diese Projekte investiert haben. Aber ich werde jetzt gar nicht so viel weiterreden, ich hätte gesagt, ich schwenke mein Screen Monitoring, wir schauen uns das einfach gemeinsam an, ich stelle jedes Projekt vor und dann bereden wir das noch einmal ein bisschen. So, lasst uns mit dem Projekt Shufi beginnen und deren Token Shoo. Das Projekt selbst hat 491.000 an Marktkapitalisierung und der Tokenwert selbst liegt bei etwa 11 Cent. Shufi wurde im Oktober 2021 gegründet und ist eine NFT-Plattform, auf der Nutzer digitale Sammlerschuhe kaufen können. Die Schuhe auf der Shufi-Plattform werden als NFTs hinterlegt und gehandelt. Darüber hinaus bietet Shufi seinen auf den Ethereum-Netzwerk basierenden Shoo-Token an, der als Hauptwährung auf dem NFT-Marktplatz verwendet wird. Shufi ermöglicht es den Nutzern, verschiedene Klassen von NFTs zu prägen, von Standard bis hin zu legendären Raritäten. Außerdem bietet Shufi einen Stacking-Pool an, der es den Nutzern ermöglicht, LPs zu werden und über ihre NFTs Liquidität Token zu verdienen. Die Shufi-Ökosphäre umfasst verschiedene Dienste, darunter DAO-Decks und Custom Wallets und das Shooverse. Wenn du also ein Sneaker-Fan bist, der ein passives Einkommen erzielen möchte, dann solltest du dir Shufi und seine NFTs genauer ansehen. Der einfacheste Weg, um darin Geld zu verdienen, ist das Erzeugen von eigenen Shoo-NFTs. Den Shoo-Token kannst du aktuell auf PancakeSwap, Uniswap und Gate.io kaufen. Machen wir weiter mit dem nächsten Metaverse-Projekt, nämlich ETHLAND und den Token ELAND. Das hat aktuell eine Marktkapitalisierung von etwa 843.000 und einen Tokenpreis von 3 Cent. ETHLAND, das in April 2021 an den Start ging, will mit dem Interplanetary File System, kurz gesagt IPFS, die nächste virtuelle Grundbuchsoftware entwickeln. ETHLAND verbindet Immobilien und Daten aus der realen Welt mit einer digitalen Schicht im Ethereum-Netzwerk. Derzeit hat ETHLAND eine Sammlung von NFTs auf der OpenSea gelistet. Jeder NFT präsentiert einen physischen Ort und gewährt den Besitzer die vollständige Kontrolle über die mit ihrem nicht fungiblen Token verbundenen Informationen. Die Informationen werden im IPFS-Netzwerk gespeichert, was eine Datenperistenz und eine Ausfallsicherheit ermöglicht, die mit anderen Netzwerken nicht vergleichbar ist. Im Metaverse von ETHLAND kann der Nutzer Kryptowährungen verwenden, um ihre Land-ID-Token zu kaufen, einzufordern, zu erstellen und zu bewerben. Außerdem steht jedem frei, seine Gebäude in ETHLAND World Metaverse einzubringen. Jeder NFT in ETHLAND hat eine eindeutige URL, die die Breiten und Längengrade eines bestimmten Ortes angibt. Der Durchschnittspreis für ein NFT-Land beträgt derzeit etwa 20.000 ETHLAND-Token, was durchschnittlich aktuell im Wert von 900 Euro entspricht. Den ETHLAND-Token kannst du zurzeit bei Uniswap und Pancakeswap kaufen. Machen wir weiter mit den dritten Projekten in dieser Runde, nämlich ETHNR-Netwerk und den Token ETHNR. Die Marktkapitalisierung dieses Projektes beträgt aktuell etwa 1,1 Millionen und der Tokenpreis liegt bei ca. 8 Cent. Das im März 2021 gestartete ETHNR-Netwerk ist ein Ökosystem aus einer Hand für alles, was mit den NFT, DeFi und Glücksspielen zu tun hat. ETHNR bietet ein Leih- und Ausleihprotokoll sowie ein Spiel- und ein NFT-Ökosystem an. Einer der Aufgaben von ETHNR ist es, das nahtlose Integration traditioneller Spiel-Apps mit der Blockchain-Technologie zu ermöglichen. ETHNR ist nach dem Berg ETHNR in Italien benannt. Der ETHNR war für seine außergewöhnliche vulkanische Aktivität bekannt und flößte in der griechischen Mythologie stets Furcht und Respekt ein. Das Spiel von ETHNR ist ein Blockchain-basierendes Spiel mit griechischen Themen und verschiedenen mythologischen Figuren. Das Spiel verfügt über einen voll-funktionfähigen NFT-Marktplatz, den die Nutzer mit ihrem Metamask-Wallet erkunden können. Während ETHNR zunächst auf der Binance Smart Chain eingeführt wurde, ist der Token kürzlich zu Polygon umgezogen. Der ETHNR-Token ist die native Währung auf der Plattform und ihrem NFT-Marktplatz. Aktuell kannst du ETHNR nur auf PancakeSwap kaufen. Dann machen wir weiter mit dem vorletzten Projekt in dieser Runde, nämlich Genesis Worlds und den Token Genesis. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell etwa 1,8 Millionen und der Tokenpreis von Genesis liegt bei etwa 13 Cent. Genesis Worlds, dessen Token im November 2021 auf den Markt gekommen sind, ist ein RPG Gaming-Metaverse-Kryptowährung an der Schnittstelle von NFTs, Gaming und DeFi. Wie der Name schon sagt, wird es in Genesis Worlds verschiedene Metaverse-Welten geben, in denen jeweils ein Blockchain-basiertes Spiel gespielt werden kann. Genesis ist der native Token für das Genesis Worlds-Metaverse und basiert auf Polygon. Mit den Genesis-Token können die Inhaber auch an der Projektverwaltung teilnehmen und durch Einsätze Belohnungen verdienen. In der Genesis Worlds-Metaverse können die Spieler Quests erfüllen, von Welt zu Welt reisen und Feinde eliminieren. Als Belohnung für das Erfüllen von Quests und Zielen gibt es verschiedene sammelbare NFTs. Außerdem wird es in Genesis Worlds einen NFT-Marktplatz geben, auf dem die Spieler mit ihrem Spiel verdienten Sammlerstücke auf der Plattform handeln können. Derzeit befinden sich die Spiele von Genesis Worlds noch in der Entwicklung, wobei das früheste noch im Jänner 2022 auf den Markt kommen soll. Nutzer können Genesis Worlds-Metaverse jedoch jetzt schon besuchen, indem sie sich über den Browser und eine kompulatible Wallet, wie zum Beispiel das Metamask-Wallet, einloggen. Den Genesis-Token kannst du aktuell nur auf Quickswap kaufen. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Projekt in der Runde, nämlich Project Oasis mit den Oasis-Token. Hier haben wir eine Marktkapitalisierung von etwa 1,8 Millionen, einen Tokenpreis von aktuell 85 Cent. Das in Oktober 2021 gestartete Projekt Oasis ist ein Blockchain-basiertes Metaverse-Spiel, das es in den Spielern ermöglicht, ihre virtuelle Welt zu erschaffen, zu besitzen, zu spielen, zu verdienen und mit gleichgesinnten, naturverbundenen Nutzer zu interagieren. Der Oasis-Token ist der native BEP20-Token, der als native Währung in ihrem Ökosystem verwendet wird. Nutzer können das Spiel von Project Oasis über einen Browser und einer kompatiblen Wallet wie der Metamask-Wallet ausprobieren. In ihren nostalgischen 2D-Metaverse gibt es einige spannende Partner wie zum Beispiel CoinGecko und CEEK, deren eigene Gebäude sich in Oasis befinden. Neben dem Spiel bietet Project Oasis auch den Council, eine DAO, die von allen Nutzern, die Oasis-Token besitzen, geleitet wird. Mit den Stimmen und Vorschlägen bestimmen die Nutzer selbst die Zukunft des Oasis-Metaverse. Oasis ist ein noch ziemlich unterschätztes Projekt mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von noch unter 2 Millionen Euro, da es ein hochwertiges Minimum an YLAB-Product MVP anbietet, das die Nutzer derzeit testen können. Du kannst aktuell den Oasis-Token auf PancakeSwap und ApeSwap kaufen. So, du hast halt jetzt gesehen, diese 5 Projekte, also das ein oder andere ist hier wirklich sehr, sehr interessant. Ich weiß jetzt nicht selbst, was ich von den letzten Projekten, obwohl das natürlich für viele wahrscheinlich sehr interessant ist, aber ich bin von diesen RGB, also RGB, diesen 2D, ist halt so ein Ja und Nein, aber es dürfte an und für sich funktionieren. Wir brauchen nur Sandbox und Mana schauen. Die haben auch diese Art von Play, ja, sind aber natürlich vom Token-Buzz beziehungsweise von der Marktkapitalisierung schon auf einen ganz anderen Level. Was für mich sehr, sehr interessantes Projekt ist, ist Shooify. Finde ich wirklich interessant. Oder 500.000 Marktkapitalisierung ist eigentlich nichts. Wenn das mal auf eine Milliarde vielleicht geht, auf 500 Millionen oder wie auch immer, da ist richtig Profit drinnen. Und ich glaube, dieses NFT-Thema, auch wenn ich selbst jetzt nicht so aktiv darin bin, wird noch etwas sehr, sehr Interessantes werden. Und warum keine Plattform, wo es genau nur um Sammlerschuhe geht, was ja eigentlich mittlerweile schon so Wert hat, wie Sammlerspiele, Sammleruhren und Ähnliches. So werden ja auch Schuhe und Raritäten gehandelt. Dann e4land.world, das finde ich auch sehr, sehr interessant mit den Immobilien. Das möchte ich mir auch genauer anschauen. Und ja, ich glaube sonst, ich weiß nicht, es würde mich interessieren, was du von den Projekten haltest, was dir vielleicht am besten zusagt. Ich werde zumindest von e4land.world, weil mich das sehr, sehr interessiert mit den Immobilien, weil hier die reale Welt mit der Metaverse verbunden wird. Das ist für mich etwas sehr, sehr Besonderes. Und da mal schauen, dass ich da ein bisschen näher hineinlese und das Projekt im Detail vorstelle. Weil auch hier sind wir bei einer sehr, sehr geringen Marktkapitalisierung, wo wir noch richtig viel Profit rausholen könnten. Und da bin ich mal gespannt, wie das eben funktioniert. Ich danke dir fürs Zusehen. Ich würde mich irrsinnig freuen, wenn du mir wieder ein Like dalässt, einen Kommentar hinterlässt und vor allem meinen Kanal abonnierst. Wenn du dieses Video teilst, push doch nochmal in mehr meinen Algorithmus, was natürlich auch meinen Kanal gut tut. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.